Willkommen zurück zu einer neuen Folge Daxos 2 und der Ascanius ist am Apparat und man sieht schon eine Lebensleistung menschlich. Das heißt, es geht wieder dahin, wo wir unsere Seelen geparkt haben. Genau, wir waren nochmal wieder kurz am Schreien, um unsere Seelen aufzutanken. Ja, wir sind irgendwie hier wieder so doof langlaufen, genau, da war ja was. Wir waren am Schreien, haben uns wieder menschlich gemacht, um unser Leben, das ja schon so auf die Hälfte oder so reduziert war, einmal wieder aufzufüllen und bewegen uns jetzt hier wieder fort, dass wir dahin kommen, wo wir hinwollen. Den Weg kennt ihr ja bereits. Genau, ich bin mal gespannt, da ich denke, dass da unten dann noch ein Boss auf uns lauert, sonst wüsste ich nicht, wo der wohl ist. Wirklich? Ich würde auch sagen, dass da einer ist. Mindestens eine. Ich würde sagen, es gibt noch zwei. Nein, das glaube ich nicht. Wir haben doch sogar schon mal nachgeguckt, oder nicht? Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Das ist drei Bossen, warum man nicht, oder? Ja, aber wir haben doch jetzt ein gekillt, wir haben zwei gekillt. Zwei, der blaue... Ah ja, okay, der Schmelzer-Dämon, der komische blaue, stimmt. Den habe ich komplett vergessen. Da habe ich dich ja glücklicherweise wieder dran erinnert. Ja, dann war natürlich der Rauch-Sitter, den wir das letzte Mal gemacht haben. Richtig. Dann fehlt uns tatsächlich noch einer. Jep. Und ich denke, dass der da unten wohl auch uns lauert. Ja. Wäre zu hoffen. Weil sonst weiß ich auch nicht mehr so ganz, wo ich suchen soll. Aber da gibt es im allergrößten Notfalljahr immer noch Liquid Let's Plays, wo wir gucken können, wo der wohl ist. Richtig. Gott sei Dank. Auf die Jungs kann man sich echt verlassen. So. Heute hat er keinen Bock? Doch. Komm schon. Komm schon, du willst es doch auch. Ja, du willst es doch auch. Genau. Schieß nicht mit den Feuerfallen. Ja, ich habe es gerade gemerkt. In dem Moment, wo du es sagtest, quasi schon ein paar Sekunden davor. Mhm. Oh ja, ja, neun Stück. Aber wir haben ja gemerkt, wir können die mit den anderen auch in die Luft jagen. Also, dass wenn es dann zwei braucht, kriegen wir das. Aber hast natürlich recht, wenn man die hat, dann hat man sie. Ja. Die sollten wir auf jeden Fall nicht verschwinden. Aber ist egal, wenn wir gleich die Seelen haben, werden wir auf jeden Fall ein paar neue Seelen kaufen. Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich jetzt auch gerade erst mal als erste Mission an, die Dinger da wiederzuholen. Ja. Und nicht das Ding da irgendwie zu meistern. Einfach, weil es auch ziemlich viele Seelen sind. Da muss man das mal in Kauf nehmen. Das nochmal zu machen, aber... Das stimmt. Vielleicht, vielleicht, manchmal ist ja solche Situationen, die kriegt man ja manchmal noch so ganz elegant gerettet oder so. Vielleicht, vielleicht klappt es ja. Das werden wir aber dann sehen. Da wollte er sich noch mal ganz knapp davon schleichen. Ach. Er hat doch keinen Schnitt, so lange, wie der aufsteht. Du willst das jetzt echt wissen, ne? Du hast gerade gar nicht nachgeguckt, ob du damit einen Sprung einfach gemacht hast. Ja, das liegt aber daran, weil ich nicht darauf warten wollte mit der neuen Folge, bis der fertig gerendert hat. Das werde ich gleich nachgucken. Ja, das ist gut. Heißt du was voller Spannung, was denn in der Folge passieren wird? Aber hallo, ey. Ah, Hatchard. Hm. Das hat er auch noch nie gemacht. Irgendwie nicht, ne? Das hat wohl ein Headshot, wahr? Dann töd ich dich halt ohne Headshot. Bäh. Ja. Ja, so, dann warten wir natürlich erstmal auf den Kollegen hier, bevor wir uns da ins Kopfgetümmel stürzen. Wer uns dann von hinten backstabben könnte. Ja, ob ich die wo gesehen hab? Ja, das war mir auch näher an der Kante, als mir das eigentlich lieb war, wenn ich das mal so beurteilen dürfte. Mhm. Er hat in dieser Kante seinen Meister gefunden. Ja. Ich schieb schon wieder mit den falschen Pfeilen. Ich bin auch dämlich, ey. Das ist dieser L1. Das ist dieser L1-Angriff. Ja. Das ist... Gut, wegen 2 ist jetzt auch egal. Ja, irgendwann... Ja, wir haben ja sowieso den Plan, dass wir neue kaufen. Ja. Nur von daher. Den Idealfall mit den Seele wir gleich holen, das bevor wir hier nochmal langlaufen müssen. Dann wär alles... alles guti-duti. Ganz toll. Ob ich guti-duti nicht unterstützen kann. Ja, glaub ich dir sogar. Tschüss. Kennen wir ja alle schön, hier nochmal runter. Tschüss. Tschüss. Tschüss, das ist zu üblichen Gegner. Hallo. Hallo. Ja, da wurden sich natürlich aus. Tschüss. Tschüss. Nett eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Das ist ein bisschen wie bei den Teletubbies. Und so. Da wurde auch immer ständig alles wiederholt, bis alle Kinder das verstanden. Echt? Echt? Ja. Deswegen gucken zum Beispiel viele Kinder zum Beispiel Disney Film auch 20, 30 Mal. Alleine weil das halt ein langer Film ist und weil die dann... du machst es zumindest super. Weil die dann halt alles verstehen können, weißt du? Und deswegen werden auch Benjamin Blümchenkassetten abgespielt, bis der Arzt kommt. Ja. Sehr gut. Ja. Ich muss noch was wissen. Ich werde bei Papa. Wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, könnte es sogar sein, dass ich das schon bin. Würde ich jetzt fast von ausgehen, ne? Wahnsinn, ne? Ja. Die Folge kommt auf jeden... Aber das dauert noch zwei Wochen. Und jetzt... Jetzt, meine Freunde, habt ihr ein Rätsel? Ja? Oder gebe ich ein Rätsel auf, was lustigerweise zum Zeitpunkt, wo dieses Video ausgestrahlt wird, für den Askanius schon kein Rätsel mehr ist, aber jetzt schon... jetzt noch quasi. Er kann jetzt noch nichts damit anfangen mit diesem Tipp. Wenn diese Folge kommt, wird er sagen, ah, oh. Interessant, ne? Denn der Name meiner Tochter oder der Spitzname meiner Tochter ist in diesem Let's Play schon gefallen. Der Wahnsinn. Das macht dich jetzt fertig, ne? Das ist erst in Maldron. Ja. Schade, das ist geteasert worden. Ne, ist tatsächlich. So. Ja. So schön. Meine Tochter heißt Askanius. Nein. Ich fühle mich sehr geehrt, bringe mich nicht so viel zum Lachen. Was hat der denn für Probleme? Also das hat ziemlich Anteil am Schluss auch, ne? Ach, du willst mich nicht schlagen? Dann gehe ich weg. Dann gehe ich. Ja. Dieser wandelnde Punkt war auch gut. So, dann haben wir die da noch erstmal weg. Das kannst du mir nachmachen. Ich glaube, das war gar nicht schlecht, wie ich das eben gemacht habe. Mhm. Naja, obwohl die Kante immer noch kacke ist. Es gibt ja nicht mal daran Schuld, dass du da triffst. Na, das war nicht so gut. Ich hatte keine Ausdauer. Ich wollte wegrollen, sonst wäre ich auch weggekommen, aber... Hm! Hm! Ja, das war ja wohl. Jetzt fang ich aber ans Cheaten an hier. Aber immer nur, wenn du spielst, ne? Haha, irgendwie wohl, ja? Also für mich haben die Gegner immer noch irgendwie ein Special parat. Ja. Haha, wieder. Und ich, ne? Äh, hm! Und ich, ne? Hm! Ja, und ich, ne? Ich, ich, das, das kann ich nicht kommentieren. Was soll ich dazu sagen? Haha, übrigens, wenn wir an dieser Stelle sind und die Gegner gerade beschießen, haben wir immer 10.000 Seelen bekommen. Wahnsinn. Ja, cool, ne? Oh, man. Oh, man. Schießen an die Axt, dass wir dem weh tun. Ja, den Treffer nicht. Ja, den auch nicht. Fokussier den, gehen ein bisschen weiter runter die Treppe. Du kannst ein ganzes Stück laufen, ohne verflucht zu werden. Ja, ob er macht, wie der Typ. Ich hab so das Gefühl, der Boden könnte mich vor dem Ding hier safe. Ah. Ne, da explodiere ich nicht gleich. Die Treppe, da wirft er die Dinger drunter und... Ja, du kannst dich auf der Treppe bewegen, das ist ja gar kein Thema. Du kannst in der Bewegung bleiben, wenn du den im Autofokus leist. Ja. Weil der andere steht ja sowieso in der Säule, weißt du? Ja, dann gucken wir uns jetzt drum. Das ist echt schon der Dunkelheitseffekt auf den Wandtexturen. Das sieht jedes Mal total banane aus. Man möge mal darauf achten, wenn man das bei YouTube dann erkennen kann. Ja, der ist runtergefallen. Ah, da gibt's auch Seelen, das ist gut. Ja, da ist der Tod, das ist ein Ort. Eben, bevor der sich da noch irgendwie zustellt. Ja. So, Katzenring, Katzenring, ja, das macht die Katze Ring. Ähm... Okay. So, einringende Lebensbindung. Sicherung. Meine ich ja. So. Oh, fick dich. Fick dich, fick dich. Fick dich. Oh, fuck. Vorher sterben wollte ich jetzt allerdings nicht. Estus nehmen darfst du trotzdem. Ja, hab ich vor. Ich wollte jetzt nur gerade, weil ich jetzt sowieso sozusagen, äh, mich selbst resetten muss. Mehr oder weniger. Beziehungsweise der hier auch noch hochkommt, da kann ich mir ja zumindest noch diesen einen Fluch versparen, oder? So mehr oder weniger. Also der baut sich wieder zusammen, ne? Ja. Na gut, da warte ich noch drauf. Ich steh jetzt hier schon so lange. So, renn doch hoch. Oh, runter. Ja, aber jetzt, weil ich grad sowieso da schon so stand, kann ich sozusagen, ne, den nochmal platt machen, dann hab ich den quasi komplett Zeit, bis der sich wieder zusammenbaut, und komm vielleicht, weil der so weit weg ist, auch aus der Agro raus. Was ja auch ganz nett wär. Auf dem Rand oben steht auch einer. Hab ich auch grad gesehen. Der wirft dann diese tollen Dinger da. Ja. So. Der wirft jetzt auf. Das war sehr gut. Ja. Ungeachtet mal von allem, was dann sonst noch so passiert. Scheißegal. Der hat sich zwar getroffen, aber durch die Animation bist du nicht getroffen worden. Das macht aber nix. Oh, ich hab den Bogen. Wo hab ich den Bogen? Scheiße. Wieso hatte ich den Bogen? Er hätte ja einen Sprung gemacht können. Ja, das hat mir, aber ich hab das erreicht, was ich wollte. Das ist das Wichtigste. Da geb ich auch gerne ab. Ja, das ist, aber eigentlich ist das sehr gut. Du hast nicht nur die Seelen gerettet, sondern du hast diesen blöden Keil da auch reingeballert. Ja, dann wird das Gebiet jetzt für dich super easy. Da kannst du jetzt so durchlaufen. Ja, aber weißt du, was ich erst mache? Äh, Pfeile kaufen? Selbstverständlich. Seelen aufgeben? Seelen aufgeben. Äh, dafür müssen wir, wir brauchen die Feuerpfeile. Und die gab es bei... Soll ich es dir verraten oder kommst du alleine drauf? Ähm, hier, ne? Ne, bei, bei, bei. Du wechselst das Gebiet die ganze Zeit. Hier, ne? Hier! Das war genau da! Ich weiß es genau! Also war es bestimmt mit zwischendurch drauf, ja? Ja, es war hier. Ja! Ja. Ja. 135.908 an der Zahl. Kann man ein paar Pfeile verkaufen? Ja! Geben wir alles für Seile aus? Äh, Seile. Äh, alles werden wir da gar nicht für ausgeben können, aber 99, also... Ja. Beziehungsweise, ne, 997 können wir kaufen. Zwei haben wir ja noch. Einen haben wir noch. Okay, dann kaufen wir 998. Okay. Und dann kannst du auch gleich mal den Ring, den wir gerade da haben, reparieren bei der. Mhm. Das mach ich also jetzt. Sonst vergessen wir das, ja. Wunderbar, dankeschön, Onifex. Oh, wir können mal was gucken. Guck mal, was da ist. Ist das was... Rauch-Ultra-Großschwert? Ja. Ja. SD. Oh, auf S? Ja. Geil. Ja, das sollten wir uns eventuell... Ist mein Ultra-Großschwert, aber das sollten wir uns vielleicht überlegen. Ja. Wir gucken aber erstmal bei Kreid, was der wohl hat. Nicht, dass der nachher auch das Ding... Straight heißt der. Straight. Ja, Kreid, Snaid, alles dasselbe. Normalerweise hat aber nur einer von denen jeweils die... Ja. Sollen wir uns das holen? Warte mal, warte mal. Guck erstmal, genau. Aus der Seele des Rauchritters gefertigtes Ultra-Großschwert. Der ins Exil vertriebene Schwertkämpfer Raim hätte den schwarzen Nebel auslöschen können. Doch er entschied sich dafür, an seiner Seite zu leben, gemeinsam mit jenem Kind der Finsternis, das dieses Schwert heimsucht. Das ist ja spannend. Ja, ne? Wollen wir es denn gönnen, oder nicht? Ich würde sagen, wir investigieren nochmal, ob man dann auch sonst noch irgendwas mitmachen kann mit diesen Seelen, die man im Add-on bekommt. Aber sonst fände ich das schon interessant, du hast keine Pfeile gekauft. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Gut. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ja. 999... Jo, 59.000 Seelen. Wunderbar. Weg ist es weg, ne? Sollen wir mal eben nach Streit gehen? Mal gucken, ob der die... Du kannst da hingehen, aber der wird nichts haben dafür. Meinst du? Ja, aber... 95%iger Sicherheit kann ich dir das garantieren. Was sollten wir denn sonst mit den Seelen machen können? Weiß ich nicht, da mag es aber noch andere Sachen vergeben, oder auch im New Game oder so. Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, also bei der... Beispielsweise bei der Dings, äh, bei der Seele von... Ja... Da, wo wir die Fragmente von finden. Ja. Ähm, da gibt's mehrere... Dann würde ich erst mal nach Machula gehen und Seelen ausgeben. Achso. Da gibt's, äh, da hat irgendjemand gepostet, dass er das ausgegeben hat bei Straight oder Ornifex und sich darüber geärgert hat. Also sollte er damit ja noch irgendwas machen können, was anders ist. Maybe, maybe. Sonst würde es keinen Sinn ergeben, sich darüber aufzuregen, das ausgegeben zu haben. Vielleicht ist es auch einfach nur doof und regt sich da Ruhe auf. Ja... Ja gut, aber wir werden nochmal nachgucken. Also das würde ich vorher einmal investigieren. Ob wir da irgendwas verpasst haben. Das machen wir, das machen. So. Bevor wir da blind jetzt so den Lüt. Aufsteigen! Außerdem ist unser Schwert ja eigentlich ganz gut dabei. Da sind wir ganz gut unterwegs. Ja, ja. Objektivität. Oder machen wir. Belastung. Haben wir auch noch 43 Konditionen. Macht glaube ich auch nicht mehr so viel, ne? Germania. Wir haben ein einziges Level. Ja, das... Achso, mehr haben wir gar nicht. Vitalität. 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 Okay. Fast schon. Das ist mittlerweile echt so Pille-Palle, ne? Ja, das ist noch so Kleinkram, wo dabei kommen, ne? Das ist wirklich so. Ja. Ja. Und ganz viel passiert dann nicht mehr. 27.000. Na gut. Könntest du es eigentlich noch menschlich machen? Sind wir nicht? Nein. Ich wurde verflucht. Ne, weil wir verflucht wurden. Menschlich war... Waaah... Ich hab da... Da was so blau leuchtet. Das hier. Schrei von Armana. Ganz rechts. Aufstieg des... Irgendwas. Ja. Mit der hässlichen Wendeltreppe da. Also für alle, die jetzt nicht wissen, wie man menschlich wird, wenn man keine Menschlichkeit mehr hat. Jetzt zugucken! Obwohl, äh... Das haben wir mit Sicherheit auch schon mal auf dem Lotzkleid mit drin. Mit Sicherheit. Ne, sonst machen wir das immer ohne euch, weil das einfach Ladezeit und nur ein bisschen Lauferei und so ist. Und gar nicht so spektakulär. Nö. Aber du könntest den Leuten ja mal erzählen, was wir hier eigentlich für eine Technik benutzen. Du meinst zum Aufnehmen? Ja. Das wurde ich nämlich tatsächlich auch schon gefragt. Ja. Ähm... Ja. Wir zeichnen mit einer Elgato GameCapture auf. Und dann mit der GameCapture HD Software dazu. Mit der ich total zufrieden bin. Äh... Äh... Oder auch nicht. Äh... Weil die irgendwie immer muckt. Aber ich weiß auch nicht warum. Und irgendwie ist das doof. Und irgendwie ist der Supporter auch nicht so richtig hilfreich. Weil die glaube ich auch nicht so ganz wissen, woran es wohl liegen mag. Aber das ist das eine. Ähm... Tivone SC550 glaube ich. Mikrofon. Mit... Das ist USB. Getrieben. Haha. Getrieben. Haha. Hängt am Laptop dran. Ähm... Da gibt es eine Software zu. Mit der wir dann sicherheitshalber immer noch quasi nur die Tonspur aufnehmen. Äh... Die wird von... Also das ist... Tivone ist Hausmarke von Thomann. Thomann ist ein Versandhandel im Netz. Alle die irgendwie sowas schon mal gemacht haben kennen das. Äh... Den Handel eigentlich sehr bekannt. Ähm... Ja. Sonst. Ja. Haben wir noch eine Playstation hier mit Controllern? Haha. Ja selbstverständlich. Genau. Ansonsten nehme ich auf mit dem Gamecap HD Pro. Das ist von... Roxy. Roxy. Genau. Und wir beide besitzen die Playstation 3 sowie die Playstation 4. Dazu haben wir dann noch eine Vita hier rumfliegen. Und äh... Ja. Und vernünftige Rechner mit denen der auch zocken kann. So müssen wir jetzt eigentlich nochmal hin hier ne? Nö. Ich bin immer verwirrt in den Dingern. Da. Ja. Aber äh... Ich wurde mal gefragt und hab ich gesagt ach komm wir erwähnen das auf jeden Fall auch mal in Let's Plays. Ich könnte mir dann mal vielleicht sogar mal überlegen dass ich da einfach mal eine Rubrik zu auf der Homepage mache. Oder über... Wir haben ja überall uns ne? Ich schreibe es euch mal unter über uns. Da brauche ich nicht immer eine Kategorie sein zu legen. Das ist immer jemand ein bisschen nervig. Ja. Mein äh... Headset ist das Medusa NX von Speedlink. Ist eigentlich auch recht fein. Äh... Ist jetzt natürlich nicht so gut wie das T-Bone. Aber das brauche ich dann ja auch nicht um damit eine Mehrung aufzunehmen. Und äh... Sonst nehme ich über Fraps auf. Alles was so am Rechner gespielt wird. Das läuft eigentlich sehr sehr gut. Und ich muss hier runter nicht. Das ist ne Possibilität dass du da runter hüpst ja? Ja das ist ne Possibilität. Okay. Und äh... Ja ansonsten benutzen wir natürlich die Original Controller von Sony für die Sachen. Weil die einfach am äh... Leistungs... Ja nicht am Leistungsstärksten sondern eigentlich am zuverlässigsten sind. Ich hab noch nie einen anderen Controller gehabt. Kann ich für nicht sagen. Nö ich hab schon andere Controller gehabt. Ich war da bis jetzt immer mit zufrieden. Aber wir sind auch schon am folgenden Ende wieder angekommen. Oi! Ja aber schön dass wir das mit reingenommen haben. So ich stell mich jetzt hier vorne nochmal hin. Ihr seht noch einmal wie ich den Typen da beschieße. Wir haben jetzt ja wieder 999 Feuerpfeile. Genau. Das soll ja wohl laufen. Und mit diesem kleinen Feuerwerk und mit einer kleinen Hardware Erklärung verlassen wir dann diese Folge. Nur um euch dann morgen wieder zu sehen in einer neuen wunderbaren Folge von Dark Souls 2. Mit dem Ascanius. Und dem Valerius. Bis dann. Tschüß. Tschüß. Unsere breaking. Tschüß. Sch بهs علي